3 Sekunden-Volge Söne Da leucht'n Solar Reads Essens Alter, das Mädchen will mich umbringen Die will die Fall aktivieren der detective ja ich glaube der mörder war hier ich bei uns ich meine die nachricht kam gerade direkt neben uns wo ist denn die falle ich weiß es nicht mehr ich kenne ihn noch nicht auswendig da ist die falle ich sehe sie nach da drüben die mit der hat sie dann eine weihnachtsmütze ich habe mich nicht getraut direkt nacheinander wieder ausbilden also hat so ein cool da und ja gut mit unten wäre ansonsten ja auch durfte wird man ja ständig die verlauf lassen wenn sie kein cool da und hätte so ich kann die falle jetzt auch auslösen kann ich mir ein schwer von dem hier ausleihen antwortet nicht ich weiß nicht warum aber der ritter will nicht antworten ich bin jetzt fusioniert gute frage viele leute sind überhaupt noch da das sind ja bloß fünf leute andere es sind nur fünf leute wer denn da ist eine grüne habe ich gerade gesehen ja ja bei der hat mich geschossen das war nämlich sehr okay ich werde ich kurz bis ihr kommt und dann bin ich da weg ich freue mich schon richtig auf den film ja erzähl wie es war aber erzähl nicht was genau erzähl den erzähl vom film ohne zu spoilern das ist das ist deine aufgabe denn das ist eine hausaufgabe ich bin grün zu grünen zu grünen wie es nur geht ich dachte mir du wärst du rein das ist ja wirklich also das ist eher hellblau aber ja geht ich spiel tanzsport burger ich sammle gold auf der tanzfläche und da konnte ich bei spielen spielen oh du liegst da drin ist ja traurig links liege ich in meinem spiel immer noch etwas erreichen ich kann den kompass nicht öffnen so jetzt ich habe nur drei gold ich kann gar nichts machen damit ich brauch 10 gold wird dir bei mir nicht angezeigt aber das ist manchmal wenn man in einer party ist da war ein tiger und ich komme nicht raus aus diesem scheiß spiel das spiel will halt nicht dass du gehst hilfe ich gehe dich doch zu jemand anderem mir ist immer eine person dann kann ich den kompass nicht öffnen sonst tät ich den hier nicht auch hier sind leichen so jetzt kann ich es ich kann nicht weg gehen ich bin hier drin gefangen also euch noch viel spaß und ich mache es auf den weg jetzt schon bis nachher bis dann Crispin ich wurde gestert Während ich ein Minispiel gespielt habe Toll Er ist tot